Wissen Sie, was im Amazonasbecken kreucht und fleucht? Haben Sie jemals einen Blick auf die Tierwelt der Sahelzone geworfen? Oder waren Sie schon mal mit den tierischen Bewohnern Mikronesiens auf Tuchfühlung? Nein? Dann wird es aber Zeit. In Fauna entdecken Sie die Tierwelt. Lernen Sie, dass Giraffen bis zu 5 Meter hoch werden. Sie können Brillenkaimane gerade mal 60 Kilogramm wiegen und der Schwanz des Alpenmummeltiers 18 Zentimeter lang wird. Egal, ob Sie sich für die etwas leichter einzuschätzenden Tiere entscheiden oder ob Sie es doch lieber eine Stufe schwerer mögen. In Fauna können Sie mehr als 300 verschiedene Tiere kennenlernen. Sammeln Sie mit Ihrem Wissen Punkte. Und wenn Sie einmal nicht ganz sicher sind, dann schätzen Sie einfach. Auch wenn Sie nur knapp daneben liegen, wird Ihr Tipp trotzdem belohnt. Aber Vorsicht! Ihre Schätzsteine können Sie auch schnell verlieren, wenn Sie allzu falsch liegen. Haben Sie und Ihre Mitspieler sich genug mit einem Tier befasst, erfolgt die Auswertung. Je mehr Sie wussten oder je besser Sie geschätzt haben, desto eher werden Sie König des Tierreichs. Das tierisch gute Wissensspiel von Huch & Friends Sie sind in der